Was wollt ihr? Aus dem Saarland ein Versuchslabor machen? Für Drückeberger und Sparotzer. Besser ein Versuchslabor als nur ein mieser Vergleich. Ein Ölteppich, so groß wie das Saarland. Ein Waldbrand, so groß wie das Saarland. Wenn ihr das durchbringt, heißt's, eine Ehrenanstalt, so groß wie das Saarland. Leute, ich lasse doch bitte mal sattig bleiben. Der Herr Daniel muss doch die Möglichkeit haben, seine Argumente vorzutragen. Bitte, Karl. Danke, Gabi. Ihr wisst alle, bei uns im Saarland ist der demografische Wandel besonders sichtbar. Und das heißt, wir haben eine starke Überalterung der Gesellschaft. Und dazu kommt, wir sind mitten im Strukturwandel. Also hin zur Dienstleistungsgesellschaft. Und dann tritt man hier noch niemals ein Bier. Von wem ich Dienstleistung? Wir gehören zu den am dichtesten besiedelten Gebieten. Und bei uns steigen die prekären Beschäftigungen extrem an. Also wenn ich da mal einhaken darf. Das ist ja alles gut und schön. Also ich war eigentlich noch nicht fertig, aber bitte. Das Saarland wäre ein ideales Testgebiet für das bedingungslose Grundeinkommen. Die Frage ist doch aber, wollen wir das überhaupt? Bedingungsloses Grundeinkommen, das ist doch was für Sozialromantiker und Träumer. Träumer? Herr Staffelkeller, Träumer? Da verschlafen Sie mal nicht die Entwicklung. Laut einer aktuellen Umfrage des Bündnisses für bedingungsloses Grundeinkommen hält die Mehrheit der Deutschen das BGE für eine gute Idee. Die Deutschen, aber nicht die Saarländer. Es gab und es gibt Modellversuche. In Finnland, Namibia, Kanada, Brasilien und, 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 und. Alles Träumer? Alles Sozialromantiker? Herr Stadtrat? Vielleicht sollten Sie und Ihre Partei sich da mal ein bisschen besser informieren. Leute, wir sind doch nicht hier, um über ein Grundeinkommen zu streiten. Wir sind hier, um uns stark zu machen für ein Pilotprojekt im Saarland. Aber das ist doch nicht zu trennen. Wenn ich mich dafür einsetzen soll, dass das gesamte Saarland quasi ein Versuchslabor für das bedingungslose Grundeinkommen wird, wie etwa Namibia, dann muss ich doch darüber diskutieren, ob ich das sinnvoll finde. Wie soll das überhaupt bezahlt werden? Und wer bezahlt? Genau. Na wer wohl? Wir! Unser Steuergeld für Arbeitsscheue! Wo soll das überhaupt hinführen? Na, in Sicherheit und weniger Existenzangst. Oder in Lustlosigkeit und Lethargie, wenn sich die Arbeit nämlich nicht mehr lohnt. Ey, ich schaff da nichts mehr, bevor ich davor schaffe, dass ich die andere auf meine Schulter ausruhe. Ach nee, die! Wer ist ja die? Immer die anderen, oder was? Glaubst du ehrlich, jeder außer dir hat als Berufsziel Sozialschmarotzer? Ich bitte, ich... Nein, das ist doch ein total negatives Menschenbild. Als würde Arbeit nur über Zwang und Angst... Aber macht doch keiner mehr die Tricksarbeit. Ach doch, wenn sie vernünftig gezeigt wird, schon. Und von was denn, bitteschön? Jetzt sind die Steuerkassen noch voll, aber die nächste Konjunkturflaute, die steht doch schon vor der Tür. Es gibt Berechnungen, die ganz klar belegen, dass das BGE finanzierbar ist. Wetterleuchten von Madeleine Giesel Mehr können Sie noch nicht sagen. Leider habe ich meine Kristallkugel gerade nicht dabei. Also müssen Sie warten, bis ich ihn auf dem Tisch hatte. Entschuldigung, meine Karre hat gestreift. Hallo, Dr. Jung. Guten Abend. Was gibt's? Ihr Kollege weiß Bescheid. Bis dann. Gentner, Sie sollten sich endlich mal einen anständigen Wagen anschaffen. Bei der nächsten Beförderung. Was machen denn die ganzen Leute hier? Im Bürgerhaus war eine Versammlung. Die Kriminaltechnik hat alles abgesperrt und sucht im weiteren Tatortbereich nach relevanten Spuren. Ist doch alles zertrampelt. Was haben wir? Männliche Leiche. Alter zwischen 50 und 60 mit starken Spuren äußerer Verwahrlosung. Laut Rechtsmedizin könnte er auch jünger sein. Hier in der Nähe ist doch auch die Notunterkunft für Wohnungslose. Ja. Mal sehen, ob ihn dort jemand kennt. Auf jeden Fall ist es tot durch stumpfe Gewalt. Ein einziger harter Schlag. Tatwerkzeug? Dazu schweigt unsere Rechtsmedizinerin. Wie immer nur der Hinweis auf die Obduktion. Vermutlich hat er beim Auffinden noch gelebt. Dann fange ich am besten mal mit der Befragung der Leute hier an. Ich habe schon veranlasst, dass die Personalien aufgenommen werden. Lassen Sie auch die Fahrzeuge im Tatortbereich registrieren. Da sind übrigens ein paar Schöne dabei. Vielleicht inspiriert Sie das ja. Dominik? Dominik? Verdammt noch, mach doch mal den Krach aus. Wieso drehst denn du die Musik so laut, wenn du eh Kopfhörer auf hast? Dominik, jetzt mach das Ballerspiel auf. Oh Mann, was ist denn los? Stell dir vor, Werner ist tot. Erschlagen im Stadtpark. Ich bin richtig fertig da. Okay. Der Werner, den kennst du doch. Von deinem Praktikum im Obdachlosenheim. Werner war immer der, der die Kappe getragen hatte. Die musst du dich doch erinnern. Ja. Der hat doch keinem was getan. Ich verstehe das nicht. Wir haben im Bürgerhaus über das Grundeinkommen geredet und ein paar Meter weiter stört ein Mensch. Einfach so. Und? Was und? Soll ich jetzt heulen? Ich meine, du hast ihn doch gekannt. Wir sollten einfach mal drüber reden. Hast du ja jetzt. Kann ich weiterspielen? Das ist Apex Legends und unser Team ist kurz vorgegangen. Aber morgen schreibst du Mathe. Wenn du das versaust, dann kannst du dein Abi in Wind schreiben. Jetzt mach das Ding aus. Na gut. Aber nur noch eine halbe Stunde maximal. Mal. Morgen, Papa. Morgen, Linus. Hör dir das mal an. Laut Bertelsmanns Studie leben in Saarbrücken so viele Kinder in Armut wie in fast keiner anderen Großstadt. Das ist doch wirklich Nestbeschmutzung. Wenn stimmt. Stimmt, Mann. Darum geht's doch gar nicht. Da geben wir im Saarland Millionen für Imagekampagnen aus und dieser Trottel gibt solche Interviews. Welcher Trottel? Karl Daniel natürlich. Der hat sich doch schon in der Schule mit seinen guten Werken großgetan. Ich sage dir, mit seiner bescheuerten Idee kommt der auch noch bundesweit in die Presse. Welche Idee? Das Saarland als Testgebiet für das bedingungslose Grundeinkommen. Da können wir gleich schreien, wir sind die Region der Verlierer. Glaubst du, das lockt Investoren an? Weiß doch jeder, hier wohnen die Drückeberger und Penner. Hey. Erst am Abend haben die doch einen von denen kalt gemacht. Ja. Das war doch auch unser Gutmensch Karl Daniel, dieser Idiot, der die zu uns in den Stadtpark geschleppt hat. Und dann hat er sich dafür stark gemacht, dass direkt daneben diese Notunterkunft eingerichtet wurde. Notunterkunft. Jetzt bringt das asoziale Pack sich gegenseitig um und die Not, die Not, die haben wir. Kommt Mama heute? Nein, deine Mama hat ihre Kur verlängert. Linus. Linus, es tut mir wirklich leid. Schon okay, Papa. Ach, wir kommen doch gut klar. Nach der Schule gehe ich zu Dominik. Sag mal, hörst du mir eigentlich zu? Dominiks Vater ist ein Rindvieh, ich will nicht, dass du deine ganze Zeit dort verbringst. Ich verbringe dich nicht mit seinem Vater. Der ist eh nie da. Trotzdem, Dominik ist kein Umgang. Der wird sein Abit nie schaffen, du auch nicht, wenn du dich nicht endlich auf den Hosenboden setzt. Das ist doch Quatsch. Aus seinen Matze bin ich ganz gut. Aber nicht gut genug. Du brauchst einen guten Notenschnitt, damit du was Anständiges studieren kannst. In der heutigen Zeit bist du ohne Studium eine Null. Kannst du dich gleich zu denen in den Park setzen? Na, dann ist doch das bedingungslose Grundeinkommen klasse. Hey, ey, du gehst am Rannenau-Ohrfeige spazieren, ja? Na, dann ist doch das bedingungslose Grundeinkommen klasse. Herr Stocker? Herr Stocker? Hallo? Sie sind doch der Herr Stocker. Wenn's der wahre Findung dient. Ja, das tut es. Der Leiter der Notunterkunft hat uns gesagt, dass wir Sie hier finden. Wo wir uns finden, wohl unter Linden. Herr Stocker, wir ermitteln im Todesfall Werner Krause. Den hat's erwischt. Haben Sie das gestern mitgekriegt? Da war Wetterleuchten. Es ist ein Omen. Ein böses Zeichen. Sie und Herr Krause hatten öfters Streit? Mit dem war nicht auszukommen. Aber dann war das Wetterleuchten und... Puff! Alles ist anders. Herr Stocker, jetzt lassen Sie mal die Show. Wir wissen, dass Sie noch klar im Kopf sind. Wo waren Sie gestern Abend so zwischen 20 und 21.30 Uhr? Die Heuchler sind gestern durch den Park geschlichen. Geld für alle. Die Angst geht um. Die werden auch noch alle auf der Parkbank enden. Aha. Die Heuchler. Meinen Sie die Bürgerversammlung? Wenn die Bürger schlafen gehen in der Zipfelmütze und zu ihrem König fliehen, dass er Sie beschützt... Herr Stocker. ...ziehen wir festlich an die Zahne hin zu den Tavernen. Herr Stocker, bitte. Herr Stocker, wir können Sie auch mitnehmen, ja? Zu viel der Ehre. Ich war am Kiosk. Da war ich. Einmal freies Alibi. Was? Da staunt der Fachmann und der Laie wundert sich. Kann das jemand bezeugen? Da fragen Sie, Kleine, fragen Sie. Husch, husch, an die Arbeit. Beim Wetterleuchten ändert sich alles. Die wissen, ich bin der böse Spiegel. Die gucken mich an und sehen sich. Gut. Wir werden Ihr Alibi überprüfen. Sonst ist Ihnen im Park nichts aufgefallen. So neue Gesichter, Fremde. Nur die üblichen Heuchler. Good luck, Lady. Und denken Sie an das Wetterleuchten. Passen Sie mal lieber auf sich auf. Vielleicht sollten Sie nachts den Park besser meiden. Zumindest bis wir den Täter haben. Den Stocker schert das nicht. Was gehen euch meine Lumpen an, Da hängen Freude und Tränen dran. Was immer leuchtet in mein Gesicht. Ich brauche euer Mitleid nicht. Mal sehen, wie einwandfrei das Alibi ist. Dieser Stocker ist nicht dumm. Der böse Spiegel. Die Wohnungslosen halten den Normalbürgern einen Spiegel vor. So könnte es euch auch gehen. Am wahrscheinlichsten ist doch, dass Werner Krause mit einem Kumpel Krach hatte. Der gehört ja nicht viel zu. Eine Pulle reicht. Und der erschlägt ihn dann. Die schlechtere Option. Ein Außenstehender erschlägt wahllos Obdachlose. Dann war Krause nicht der Letzte. Hasskriminalität? Sind da nicht die meisten Täter Rechtsradikale? Frau Gentner. Irgendjemand muss etwas mitgekriegt haben. Es war noch nicht spät. Im Park waren Leute unterwegs wegen der Versammlung. Irgendjemand ist garantiert mal raus. Hat etwas gesehen oder gehört. Etwas, das zunächst keine Bedeutung zu haben schien. Herr Daniel? Herr Daniel? Ja, bitte? Mordkommission Salui, Packe und Gentner. Wir untersuchen den Todesfall Werner Krause. Ja, das ist eine schlimme Sache. Der Werner, der war völlig harmlos. Ein bisschen aggressiv manchmal, aber harmlos. Wer macht sowas? Der Leiter der Notunterkunft hat uns erzählt, dass sie dort ehrenamtlich engagiert sind. Ja, das gesellschaftliche Klima, das wird ja immer kälter. Da muss man doch was entgegensetzen. Sie kennen doch die Leute dort gut. Könnte es sein, dass ein Streit unter den Wohnungslosen eskaliert ist? Das ist schwer zu sagen. Aber die Gewalt gegen Wohnungslose, die nimmt ja zu. Die schwächste Gesellschaft, die trifft es zuerst so. So ist das, wenn die Schere so auseinanderklafft. Aber Sie sind doch auch der Initiator dieser Bürgerinitiative, nicht? Ja, das BGE ist unsere einzige Chance, mit den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen klarzukommen. Wir haben doch jetzt schon einen Rückgang der Erwerbstätigkeit bei den unter 35-Jährigen. Da können die noch so schöne Zahlen über die angebliche Vollgeschäftigung in die Welt setzen. Im Bürgerhaus, da ging es sicher hoch her. Sie hatten wohl keine Zeit, mal kurz Luft zu schnappen? Nee, wohl kaum. Ich war da die ganze Zeit drin. Verstehe. Und ist Ihnen aufgefallen, dass jemand den Saal verlassen hat? Nein, da waren so viele Leute. Ja, doch, natürlich. Der Stadtrat Keller, der hat sich mal verdrückt. Das hat mich total geärgert. Der Kerl ist derart arrogant. Ich dachte nur, der demonstriert sein Desinteresse. Ja, der Sebastian Keller, der war eine Zeit lang draußen. Die Hecke ist fertig, kann ich gehen? Das ist mein Sohn Dominik. Der macht jetzt Abitur. Dominik, die Herrschaften, die untersuchen den Tod von Werner. Dominik hat ihn auch gekannt. Du, ich würde jetzt gern... Sie waren gestern nicht bei der Versammlung? Nee, ich war mit Linus im Hardrock. Was ist jetzt? Wir treffen uns gleich zum Hockeytraining. Ja, ja, natürlich. Aber komm danach direkt nach Hause, ja? Ich geh mit Linus noch was trinken. Ja, aber du musst noch Mathe lernen, Dominik. Tja, ich denk, das hat ihn getroffen, die Sache mit Werner. Er hat in der Unterkunft sein Schulpraktikum gemacht. Man kennt natürlich die Leute. Das ist eine schlimme Sache auch für ihn. Aber in dem Alter, da lässt man das sicher nicht so gerne anmerken. Ich hab schon gedacht, du kommst nicht mehr. Sorry. Ich muss noch meinem Alten helfen. Der hat mal wieder einen Rappel, dass ich zu viel im Zimmer haucke und am Computer zocke. Also heißt es, Bewegung an der frischen Luft. Dabei hat er einfach zu wenig Leute für die Arbeit. Damit nervt meiner mich. Zum Glück. Der findet, Hockey reicht. Hast du es nicht kapiert? Darum geht's doch gar nicht. Das ist doch nur so ein pädagogisches Gelaber, statt einfach zu sagen, hey, ich brauch dich. Hey, komm mal runter. Du musst mich nicht anmachen, bloß weil dein Alter stresst. Sorry. Die Kops waren da. Wegen dem toten Vollpfosten. Das sind doch alles Kasper. Wir kriegen eh nix raus. Los komm, wir müssen die Mannheimer zerlegen. Röntgen für Haustiere. Die Welt wird immer verrückter. Die Firma Keller stellt neben Röntgengeräten auf Ultraschallgeräte, Computertomographen, Prothesen und künstliche Hüftgelenke für Hund und Katz her. Zumindest unsere Haustiere haben schon eine bedingungslose Grundsicherung. Mit 800 Euro Grundeinkommen müssen Sie immer noch ganz schön sparen, um Ihrem Hund eine neue Hüfte zu spendieren. Mensch, Gabi, das könnt ihr doch nicht machen. Wir müssen. Die Stadt hat kein Geld, das weißt du selber. Und das Grünflächenamt muss ab sechsstelligen Beträgen den Auftrag öffentlich ausschreiben. Seit fünf Jahren machen wir die Pflege der Grünstreifen für euch. Und auf einmal sind wir zu teuer? Wir haben ein Angebot aus der Pfalz und die sind einfach... Wie steht das Wasser bis zum Hals? Ich kann das nicht billiger machen. Bitte, Gabi. Was erwartest du? Ich kann die Pfälzer nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Das geht durch den Stadtrat. Und da hast du nicht nur Freunde. Ja, ich weiß. Schon klar. Der Keller. Karl, das Einzige, was ich tun kann, ist, ist dir jetzt schon mal zu sagen, inoffiziell wohlgemerkt, damit du dich drauf einstellen kannst. Wenn ihr ausfallen. Verdammt, mein Betrieb hat sonst kaum Großaufträge. Gabi, das bricht mir das Genick. Herr Keller, wir wissen, dass Sie die Versammlung gestern zwischendurch verlassen haben. Glauben Sie etwa, ich schleiche nachts durch den Stadtpark und erschlage Asoziale mal so nebenbei, weil die stören? Asoziale, die stören? Ach, so ist es doch. Glauben Sie, durch unseren Stadtpark kann man noch mit seinen Kindern gehen? Überall Flaschen, Spritzen, Besoffene. Die machen sich breit, aber wo bleiben denn die normalen Bürger? Ja, das sind sicherlich Probleme. Aber es muss Sie doch auch beunruhigen, wenn die nicht Gewalt gelöst. Ja, natürlich tut es das. Hören Sie mal, in welche Ecke wollen Sie mich jetzt eigentlich stellen? Moment, Herr Keller. Wir wollen Sie nirgends hinstellen. Wir wollen nur fragen, ob Sie etwas im Park bemerkt haben. Haben Sie jemanden gesehen, der sich auffällig benommen hat? Irgendetwas Ungewöhnliches? Ja, natürlich. Entschuldigen Sie bitte, ich bin ein bisschen gereizt. Sie kennen das sicher. Ärger im Betrieb, Ärger zu Hause, platzt einem schnell mal der Kragen. Also, Herr Daniel hat uns gesagt... Ach Gott, der schon wieder, dieser Wichtigtuer. Steht andauernd in der Zeitung, kriegt nichts geregelt, aber gibt Interviews. Jetzt auch noch dieser Aufstand mit dem Grundeinkommen, obwohl er genau weiß, dass das niemals durchkommt. Zumindest er regt der Aufmerksamkeit. Das Thema bleibt in Bewusstsein. Ich krieg doch jetzt schon kaum noch Facharbeiter. Mein eigener Sohn glaubt, er muss nicht fürs Abi lernen, weil er dann Geld auch einfach so bekommen kann. Ja. Meines Wissens unterscheidet sich ein Facharbeiterlohn aber schon gewaltlich von den 800 oder 1000 Euro Grundeinkommen. Sie sind auch einer von denen, die glauben, man müsste für sein Geld nichts tun? Ich bin einer von denen, die glauben, dass man nicht nur für Geld arbeitet. Herr Keller, die meisten Menschen arbeiten ganz gern. Ihr Wort in Gottes Ohr. Um welche Uhrzeit haben Sie die Versammlung verlassen und wo waren Sie? Und ist Ihnen etwas aufgefallen? Also, das dürfte so gegen 21 Uhr gewesen sein. Ich musste noch einen Anruf machen, geschäftlich. Gesehen habe ich niemanden. Doch, Moment, warten Sie mal. Da hat einer gesungen. Also gesehen habe ich den nicht. Das muss wahrscheinlich ein Betrunkener gewesen sein. Gesungen? Ja, ja. Irgendwas mit, ähm, Scheißdreck. Genau. Irgendwas geht alle ein Scheißdreck an. Irgendwas in der Art. Soviel zum einwandfreien Alibi. Wir warten immer noch. Ja, natürlich brauchen wir die Akte. Gut. Herr Rhein? Und wenn Sie noch etwas über Herrn Stocker haben? Nein, Vorname unbekannt. Gut. Danke. Herr Daniel? Entschuldigung, wenn ich einfach so reinplatze, aber ich habe da so eine Information, die Sie vielleicht interessieren könnte. Setzen Sie sich doch. Danke. Vielleicht hat das ja gar nichts mit dem Fall zu tun. Und es geht mir auch nicht darum, jemanden anzuschwärzen, aber der Werner, also der Werner Krause, der hat früher bei Sebastian Keller gearbeitet. Was? Herr Krause war bei der Firma Keller beschäftigt? Ja, als Lagerarbeiter. Und dann hat ihn seine Frau verlassen, hat angefangen zu trinken und Sebastian, also Herr Keller, hat ihn dann einfach auf die Straße gesetzt. Aha. Und warum haben Sie uns das nicht schon heute Morgen erzählt? Ich habe einfach nicht daran gedacht. Und dann weiß ich auch nicht, ob das überhaupt wichtig ist. Es ist ja auch einfach die ganz normale Geschichte eines Abstiegs heutzutage. Also bis auf die Drohungen. Welche Drohungen? Der Werner, der war schon manchmal aggressiv. Wenn er betrunken war, dann hat er immer gesagt, er packt aus über Keller, über seinen Laden. Aber was er genau damit gemeint hat, wissen Sie nicht? Nein, nein. Aber ich dachte einfach, Sie sollten das wissen. Das ist echt cool da. Voice-Front und Jungsturm-Spiel. Komm einfach mal mit. Warum in Frankreich? Auf dem Nullothring. Da hat man ein paar Kilometer hinter der Grenze. So ein Typ stellt da sein Grundstück für die Konzerte zur Verfügung. Eine Franzose? Quatsch! Das ist natürlich ein Deutscher. Der ist über die Grenze, weil Hammerskin in Deutschland verboten ist. Hammerskin? Was ist das? Ey, du hast ja null Ahnung. Das ist ein Netzwerk. Die organisieren Konzerte von Gruppen, die ihre Meinung sagen. Ist ja nicht so angesagt bei uns. Du meinst glatzen? Du redest schon wieder in Alter. Vorsicht, ja? Da geht es um Musik. Das ist Rock für Deutschland. Ich meine, klar finden die, dass es hier bei uns beschissen läuft. Aber wenn du mich fragst, haben die Recht. Sag mein Vater auch. Was Papi sagt, glaubst du, du Knecht? Mach mal halblang. Die Sache mit dem toten Penner, nur mal als Beispiel. Wir schicken dir die Bullen los. Blau-weiße Partywagen, das ganze Programm. Mein Vater sagt, das bezahlen alles die Steuerzahler. Für den toten Penner. Und ich sag, davon gibt es eh schon genug. Was wollen Sie denn schon wieder? Herr Keller, Sie haben uns nicht gesagt, dass Sie Herrn Krause kannten. Im Saarland kennt doch jeder jeden. Werner Krause hat zwölf Jahre bei Ihnen gearbeitet. Ja, ein Trinker. Er hat meine Pfarrer angepöbelt. Später sogar die Kunden. Klar habe ich den rausgeschmissen. In Herrn Krauses Sozialakte ist vermerkt, dass er durch Schicksalsschläge, also Trennung und Jobverlust, verarmte und in Wohnungsnot geriet. Wollen Sie mir etwa jetzt erzählen, ich sei daran schuld? Hören Sie, wir sind doch ein Sozialstaat. Der hat doch Geld bekommen, oder? Laut Akte war es auch dem Sozialamt nicht möglich, eine bezahlbare Wohnung vor Herrn Krause zu finden. Es gibt Sozialwohnungen, Wohnheime, Bahnhofsmissionen. Bei uns muss niemand auf der Straße schlafen. Glauben Sie, ja. Wir haben in Deutschland eine massive Wohnungsnot. Die Zahl der Wohnungslosen steigt von Jahr zu Jahr. Ja, ich bin Kommunalpolitiker. Sie erzählen mir da nichts Neues. Aber unsere Aufgabe ist, erst einmal Familien in Not zu helfen. Menschen, die noch wirklich am sozialen Leben teilhaben wollen. Herr Keller, wir haben gehört, dass Herr Krause Drogen gegen Sie geäußert hat. Also, wer hat Ihnen denn den Quatsch erzählt? Ach, natürlich, Karl Daniel, ne? Der war doch dauernd bei mir, damit ich den Krause wieder einstelle. Ich leite eine Firma, kein Wohltätigkeitsverein. Wie war das denn jetzt mit den Drohungen? Trinkergeschwätz, nichts weiter. Hab das gar nicht ernst genommen. Was glauben Sie denn, welche Interna ein Lagerarbeiter über eine Firma weiß? Ist doch ausgemachter Blödsinn, steht doch fest. Fest steht nur, dass Herr Krause erschlagen wurde. Ich habe mich fast weggeschmissen, voll der Loser. Linus! Oh shit, mein Vater. Er kommt wahrscheinlich von irgendeiner furchtbar wichtigen Sitzung. Nur noch kurz die Welt retten. Sag mal, Linus, was machst du hier? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst zu Hause bleiben? Du schreibst morgen Mathe. Hast du betrunken? Chill mal. In ein paar Monaten werde ich achten. In ein paar Monaten machst du Abi, was du nicht schaffen wirst, wenn du dich rumtreibst. Noch dazu mit diesem Versager. Herr Keller, das ist nicht fair, das stimmt einfach nicht. Sei still. Ist mir völlig egal, wie oft du sitzen bleibst und ob du jemals das Abitur schaffst. Aber mein Sohn, mein Sohn, der soll seine Chance nutzen. Sie sind echt ein Arsch. Ah, ganz der Vater, was? Unten liegen und nach oben treten. Könnten sich die Herrschaften mal zusammenreißen. Anständige Menschen wollen schlafen. Ah, der Stadtrat. Das saubere Söhnchen und der kleine Pisspott. Was mischen Sie sich denn ein? Was machen Sie überhaupt hier? Gott, man muss diesen Park endlich mal von Ihresgleichen säubern. Ich brauche die Penner. Besser Penner als Pisspott. Du bringst gleich einen aufs Maul. Sicher, aber da die Herrschaften zu dritt sind, werden sie mich ja wohl nicht gleich erschlagen. Zu viele Zeugen, oder? Kommt jetzt. Man soll sich das gar nicht mit solchem Abschaum anlegen. Nicht vor Zeugen, was, Herr Stadtrat? Niemals vor Zeugen, Jungs. Aber manchmal gibt es Zeugen im Gebüsch. Lautlose Zeugen. Und wenn die zu singen anfangen... Kommt, Jungs, wir gehen. Wünsche wohl zu ruhen. Ein reines Gewissen ist ein gutes Ruhekissen. Guten Abend, gute Nacht. Mit Rosenbedacht. Mit Necklein bedeckt. Und schlug von Tardideck morgen früh, wenn Gott will. Die Mathearbeit war ja mal wieder Hammer. Wie ist es bei dir gelaufen? Mann, das bringt doch alles nichts. Ich kapiere einfach nicht, wozu Nullstellen von Funktionen gut sein sollen. Es geht nicht darum, wozu was gut ist. Es geht nur um den Notendurchschnitt. Der heilige Numerus Clausus. Weißt du, wie das letztes Jahr abgelaufen ist? Feierliche Ausgabe der Abizzeugnisse. Zuerst kommen die, die einen Schnitt mit 1,0 haben. Die werden noch namentlich aufgerufen. Großer Jubel. Applaus. Und die mit 1,5. Jubel. Dann die mit 2,0. Da wird der Jubel schon weniger. Und dann kommt der Rest. Ohne Namen. Der Durchschnitt. Loser. Hauptsache ich schaffe das Abi überhaupt. Und wenn es den Spaß macht, mich zu demütigen, weil ich nicht das totale Genie und der letzte Streber bin, sollen sie doch... Mann. Wenn ich mir das Gesicht von meinem Vater bei der Abi-Feier vorstelle... Damit habe ich keinen Stress. Einer kommt wahrscheinlich gar nicht, weil er einen Penner trösten oder eine Ameise über die Straße helfen muss. Ist ja auch wichtiger. Ey, ich muss das einfach hinkriegen. Ich muss. Dabei habe ich null Vorstellungen, was ich eigentlich studieren will. Ganz schlecht, Linus. Mit 16 musst du wissen, wie deine Karriere laufen soll. Spätestens. Und dann? Ab ins Heptik-Karussell. Volle Terminkalender. Kohle schärfeln. Und ab 17 für die Rente sparen, sonst landest du unter der Brücke. War krass gestern mit dem Typ im Park. Warum hat der eigentlich Pisspot zu dir gesagt? Der Penner. Der Tote hat mich mal angepinkelt. Was? Echt jetzt? Lach nicht. Angepinkelt. Aber mein Vater hat mich doch gezwungen, bei den Losern ein Schuhpraktikum zu machen. Das war echt widerlich. Die Kerle sind total dreckig und versoffen. Und wenn die merken, dass du keinen Bock auf den Motor, Theresa, misst, hast, fang die an, dich zu triezen. Oh Mann. Gut, dass der Hobbs ist. Die Firma Keller scheint sauber zu sein. Keine Bilanzfälschungen, keine Veruntreuungen. Allerdings sind die wirtschaftlich ziemlich angeschlagen. Sinkende Umsätze, Entlassungen. Der Stocker ist untergetaucht. Was? Der Leiter der Notunterkunft hat ihn seit gestern nicht mehr gesehen. Die Streifahrt den Park durchkämmt, alle befragt, niemand weiß etwas. Oh Mist. Wir hätten ihn gleich mitnehmen sollen. Falsches Alibi, Streit mit dem Opfer und jetzt hat er sich aus dem Staub gemacht. Der war's. Vielleicht. Wenn etwas wahrscheinlich ist, ist es meist auch wahr. Aber alles, was nur wahr scheinlich ist, ist wahrscheinlich falsch. Sie glauben nicht, dass der Stocker unser Täter ist? Ich weiß nicht, was ich glaube. Hat Sebastian Keller eventuell ein Motiv, das nichts mit seiner Abneigung gegen Wohnungslose zu tun hat? Und dann dieser Karl Daniel, der ihn dauernd bei uns anschwert. Seine Gärtnerei habe ich mir auch mal angeschaut. Daniel steht kurz vor der Insolvenz. Kein Wunder, dass der sich für ein Grundeinkommen einsetzt. Und in ein paar Euro kann keiner üppig leben. Aber gegen die Existenzakt, die Sorgen, da würde so ein Grundeinkommen schon helfen. Dachte ich mir doch, dass ich die hier finde. Sebastian, was machst du denn so spät mal hier? Ich habe dich gesucht, weil ja morgen wieder eine deiner Versammlungen ist. Ich nehme nicht an, dass du hier bist, um mir Stühle zu holen, oder? Sag mal, warum hättest du die Polizei auf mich? Was soll denn das? Willst du mich fertig machen, weil ich dein Gutmensch-Gehabe durchschaue? Du kapierst es einfach nicht. Das Saarland ist seit 1957 Teil der Bundesrepublik. Und wir haben immer noch ein Pro-Kopf-Einkommen, das bei 87 Prozent des Durchschnitts West liegt. Und jetzt guck dir den Osten an. Was glaubst du, wie lange das da noch dauern wird? Dazu kommt Landflucht. Verödung. Ja, und das löst du durch Geldgeschenke, oder was? Nein, das löse ich durch die teilweise Entkopplung von Geld und Arbeit. Du bist und bleibst ein Träumer. Mensch, wir brauchen Leistungsträger. Leistung muss sich lohnen. Ach ja? Welche Leistung denn? Was ist denn wichtig für die Gesellschaft? Ich sag's dir. Die Krankenschwester, die ist wichtig. Der Altenpfleger, die Kita-Betreuer, die sind wichtig. Aber deren Leistung, die lohnt sich für die nicht. Also der Kommunismus hat sich doch wohl erledigt. Bitte. Wovon träumst du denn, dass eine Friseuse genauso viel verdienen soll wie ein Manager? Also auf jeden Fall mal mehr als gierige Banker, die uns die Finanzkrise beschwert haben. Das hat die Steuerzahler Milliarden gekostet. Milliarden. Oder nimm mal deine Autoindustrie. Ja, ich wusste ja gar nicht, dass die mir gehört. Wenn aus Geld selbst weg wird, dann geht das auf Kosten der Allgemeinheit. Und die Allgemeinheit, die hat doch nur noch Angst, dass sie das Leben nicht mehr schafft. Du willst eine Generation von Schmarotzern, wie deine ganzen Obdachlosen, die überall rumlungern. Das sind Menschen, Sebastian. Auch wenn du es schon gar nicht mehr mitkriegst. So wie dein Sohn. Was? Der ist auch ein Mensch, den du zu den Obdachlosen steckst, die ihn quälen und vor denen er sich ekelt? Was hat denn Dominik damit zu tun? Warum? Wieso ekel? Ja, hat mir Linus erzählt. Ich rede nämlich mit meinem Sohn. Ach komm, es geht doch gar nicht um unsere Söhne. Ach nein, nein. Und? Die nächste Generation? Ja. Wer soll denn das sein, wenn nicht unsere Söhne? Die müssen wissen, dass Leistung sich lohnt, nicht irgendwelche Geschenke. Dann strengen sie sich an. Nur dann finden sie ihren Platz in der Gesellschaft. Aber ist dir ja zu konkret. Weltverbesserer Ideen. Dafür gibt es natürlich mehr Applaus. Du bist und bleibst ein kleinkervierter Idiot. Wer von uns beiden ist denn der Idiot? Fass mich nicht an, du Arschoch, du! Wir sind hier nicht mehr auf dem Schulhof. Ach so, sind wir nicht? Ja, dann kannst du dich aber auch hier nicht mehr verstecken oder zum Hausfester rennen. Mach mich nicht fertig, du Arschoch! Statt, Arsch, du! Ja, dann mein Geschäft doch auch nicht! Komm her! Ja, ich mach die Pferde! Ah! In Stein geschrieben steht das Wort, das Große bleibt und dauert fort. Auf ewiglich, durch Recht und Staat, der all das erst geschaffen hat. Jedoch das Meer und seine Wellen, die immer fort am Stein zerschellen, zerreiben, Recht, Staat und Gestein zu kieseln, klein. In Flammenschrift steht an der Hand, in Flammenschrift steht an der Wand, geschrieben von der mächtigen Hand. Was einmal war, das hat Bestand. Doch Flammen verlöschen! Mit Stürme wehen! Meere versiegen! Meere versiegen! Meere versiegen! Und Herrscher vergehen! Im Namen der mächtigen Kenkai-Kid versunken! Vergessen! Vergessen! Sie alle sind versunken! Vergessen! Vergessen! Hallo? Ist da jemand? Wer ist da? Zeig dich, wenn's kein Geist ist! Geist nicht! Vergessen! Geist nicht! Weg! 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 Und wenn das ist! In Flammenschrift wird euch verhalten! Weg! Weg! Was machst du denn hier im Dunkeln? Wo kommst du her? Du hast Blut an der Hand. Wo warst du? Warum kommst du erst jetzt? Morgen ist Schule. Ist das nicht ein bisschen strange? Du hockst hier wie ein Alien, blutend im Dunkeln und fragst mich aus? Was? Glaubst du, mir macht das Spaß? Immer hinter dir her zu sein wie eine Glucke? Ich mach mir Sorgen. Wo treibst du dich rum? Mit wem nimmst du Drogen? Trinkst du zu viel? Werd erwachsen, Linus. Ich will doch gar nicht so viel. Muss doch nur die Schule schaffen. Mehr erwarte ich doch nicht. Ohne ein anständiges Abi kannst du nicht studieren. Landest du in der Gosse. Vielleicht werde ich ja Schreiner. Da brauche ich kein Abi. Weißt du eigentlich, was ein Schreiner verdient? Willst du auch mal eine Familie, ein gutes Leben, ein eigenes Haus? Ich hab ja deins. Ach ja? Ist nicht sicher, Junge. Du hast ja ein blaues Auge. Wie lief denn Mathe gestern? Sieht aus, als hättest du dich geprügelt. Mal hängst du immer noch mit dem Sohn vom Keller rum. Wie heißt denn der nochmal? Du hast gar nicht schon was auf die Schnauze gekriegt. Das ist kein Umgang für dich, Dominik. Wenn du jemandem was erzählen willst, dann erzähl es mir. Warum? Dich interessiert das doch eh nicht. Ja, natürlich interessiert mich das. Du weißt ja noch nicht mal, wie mein Freund heißt. Mann, ich spiele mit ihm seit fünf Jahren Hockey. Seit fünf Jahren. Ich muss jetzt zur Schule. Dominik! Hey! Hier hinter dem Gebüsch haben Sie den Schocker heute früh gefunden. Schafft er es? Er hat eine Gehirnschwellung. Die Ärzte haben ihn ins künstliche Koma versetzt. Erstmal haben wir keine Chance, ihn zu befragen. Gäntner? Hallo? Ah, hallo. Sie sind doch von der Polizei, gell? Ja. Hauptgabe ist ja Packe. Worum geht's? Äh, äh, der Obdachlos. Den haben Sie doch hier gefunden, gell? Schon der Zwett. Ja, gut. Ich sag ja immer, in Roten ist alles Mode. So dann sind die Toten auf die Kommoden. Ja, was bist denn du für einer? Feilchen. Komm her, Feilche. Mit an der Dame schniffle. Feilche? Feilchen. Der ist ganz brav. Aha. Das war die Rechtsmedizin. Wir sollen in die Pathologie kommen. Die haben wir für uns. Entschuldigung. Entschuldigung, aber ich wollte... Jetzt gleich. Sie meinen, es sei wichtig. Ei, ich bin gestern noch mit dem Feilche draußen gewesen. Stimmt's, Feilche? Der versteht jedes Wort. Sehen Sie? Feilche? Okay, wir müssen. Und da haben wir etwas gesehen. Ei, ich weiß ja nicht, ob das wichtig ist. Aber Feilche und ich, wir haben uns gewundert. Gell, Feilche? Was haben Sie denn gesehen? Ei, denn der Stadtrat Keller? Der ist gerannt. Macht der sonst nie. Schmenne ja, wie er der wird. Sah vielleicht komisch aus. Und ich glaub, der hat geblut. Schmenz war ja dunkel. Und nicht, dass ich denke, Wirt, der hat etwas damit zu tun. Nee, aber es ist komisch gewesen. Und du hann nicht gedenkt, ich sah das mal besser. Um wie viel Uhr war das, ungefähr? So um zehn rum, denke ich. Aha. Vielen Dank. Okay, wir müssen. Ja, Sekunde. Feilchen. Es ist aber ein ungewöhnlicher Name. Nee, das ist sein Charakter. Sei wie das Feilchen im Mose, bescheiden, sitzsam und rein. Nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein. Und jetzt gucke sie ihn mal an. Ah! 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 Hier. Sehen Sie sich mal die Schädelverletzung an. Ich hab die Wunde gesäubert und vermessen. Sieht wie eine Kerbe aus. Nicht schlecht. Aber sehen Sie hier? Eine leichte Krümmung. Die Tatwaffe ist also eine Art Keule mit Krümmung. Übrigens hab ich mir im Krankenhaus die Wunde des neuen Opfers angesehen. Sie weist exakt das gleiche Muster auf. Dieselbe Tatwaffe. Eine Keule mit Krümmung. In der Wunde haben wir winzige Splitter gefunden. Schwer zu analysieren, aber vermutlich CFK. Carbonfaserverstärkter Kunststoff. Der wird unter anderem in Sportgeräten verwendet. In Golfschläge? Ach, eher in Bergsteigerstöcken und ähnlichem. Wenn ich jetzt aber die Krümmung dazu nehme, würde ich sagen, die Tatwaffe ist vermutlich ein Hockeyschläger. Die haben den Keller verhaftet und den Sohn gleich mit. Was? Unser ehrbarer Stadtrat. Da fährt er in seinem dicken Mercedes hier durch die Gegend und lässt sich von allen bebauchpinseln. Und dann geht er in den Park Obdachlose jagen. Wie verhaftet? Ja, ganz großes Theater hier. Hausdurchsuchung mit vier Streifenwagen. Der ist erledigt. Jahrelang behandelt er mich wie ein Spinner, dabei ist er selber ein Mörder. Und das freut sich ja? Nein. Natürlich freut mich das nicht. Schließlich sind ja Menschen ums Leben gekommen. Aber es reißt dem Heuchler die Maske vom Gesicht. Ihr seid doch alle Heuchler. Glaubst du das wirklich? Dass er das getan hat? Entweder er oder sein Sohn. Wie heißt denn der nochmal? Linus. Mein Freund Linus. Damit habe ich gegen das Tor gedroschen. Dabei ist der Schläger gebrochen. Ich habe niemanden damit auf den Kopf gehauen. Gibt es dafür Zeugen? Klar. Die ganze Mannschaft. Wie wir wissen, haben Sie Kontakt zu rechtsradikalen Kreisen. Was hat das denn damit zu tun? Es gibt immer mehr politisch motivierte Gewalttaten. Quatsch. Ich gehe eben manchmal auf Konzerte. Direkt hinter der Grenze. Die coolen Sachen werden bei uns ja nicht gespielt. Aber gegen Wohnungslose, da haben Sie schon was. Sie und Ihre coolen Musikerfreunde. Die stinken. Ich würde die nicht mal mit der Kneifzange anfassen. Und auch nicht einen Hockeyschläger für so einen kaputt machen. Wissen Sie, wie teuer so einer ist? Ich verstehe nicht, wieso Sie so einen Terz um die machen. Mann, der eine Tote, der hat meinen Freund Dominik mal angepinkelt. Nimmt sein Ding raus und pinkelt ihn an. Voll krass. Dominik Daniel? Das ist Ihr bester Freund? Herr Keller, das Blut an Ihrer Kleidung stammt nicht von Herrn Stocker. Und auf den Hockeyschlägern wurden nur die Fingerabdrücke Ihres Sohnes sichergestellt. Auch auf dem zerbrochenen Schläger. Na also. Das habe ich Ihnen doch gesagt. Und für die Hausdurchsuchung, da werde ich Sie zur Verantwortung ziehen. Das sage ich Ihnen. Gerne. Ihr Sohn hat übrigens Verbindungen zu rechtsradikalen Kreisen. Das ist doch Blödsinn. Mit diesen Schwachköpfen hat Linus nichts zu tun. Wir haben Berichte und Zeugen, die Ihren Sohn eindeutig mit der hiesigen Szene in Verbindung bringen. Zudem hat er für keine der beiden Tatzeiten ein Alibi. Und die mutmaßliche Tatwaffe ist nun mal ein Hockeyschläger. Auch wenn wir ihn noch nicht gefunden haben. Jetzt wollen Sie das meinem Sohn anhängen? Das ist ja Wahnsinn. Er hat ein Motiv. Und die Möglichkeit. Linus ist nicht radikal und auch nicht gewalttätig. Ist doch noch ein Junge. Gut, vielleicht hört er gerne diese Musik. Aber mit dem ganzen anderen hat er nichts zu tun. Vielleicht nicht. Aber von Ihnen hört er doch auch nur Feindseligkeiten gegenüber Menschen, die nicht der bürgerlichen Norm entsprechen. Vielleicht sind ja für ihn Wohnungslose gar keinen Menschen mehr. Vielleicht sind sie für ihn nur Parasiten. Ungeziefer. Ich will meinen Anwalt sprechen. Nein! Sie können da nicht rein. Hören Sie! Ich muss mit Ihnen reden! Lassen Sie mich! Jedes Mal. Immer wenn er mich gesehen hat. Pisspot, Pisspot, Pisspot. Vor allen Leuten. Ich konnte mich nicht dagegen wehren. Das hat ihm Spaß gemacht. Der hat mich richtig verfolgt. Einmal sogar, als ich mit Julia durch den Park gegangen bin. Julia, also... Das ist meine Freundin. Also, das war sie. Ich meine... Wer will schon mit einem Pisspot gehen? Aha. Und deshalb haben Sie ihn erschlagen. Ich wollte das doch nicht. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Er sollte doch nur aufhören damit. Ich war wütend. Und Herr Stocke? Hat er Sie auch beleidigt? Der Stocke hat's gewusst. Der muss mich gesehen haben. Jedenfalls hat er sowas gesagt. Ich hab den mit Linus und seinem Vater im Park getroffen. Da hat er so Andeutungen gemacht. Sie wollen uns also erzählen, dass Sie Werner Krause im Affekt getötet haben. Aber Herrn Stocke haben Sie aufgelauert. Sie haben ihn durch den Park verfolgt, mit der klaren Absicht, ihn zu töten. Nein! Nein! Ich wollte doch nur... Warum lungern die auch im Park rum? Das ist doch auch nicht okay! Die... Sag nichts! Der Anwalt, der ist gleich da. Du musst ohne Anwalt hier gar nichts sagen. Herr Daniel, Ihr Sohn ist 18 Jahre alt. Wir haben ihn über seine Rechte aufgeklärt. Er wollte keinen Anwalt und hat ein umfassendes Geständnis abgelegt. Dominik. Warum? Warum hast du das getan? Das verstehst du mir nicht. Du... Du hast einen Menschen erschlagen. Klar, der war eh wichtiger als ich. So, Dominik. Der Keller hat mir erzählt, der Werner, der hat dich gequält während des Praktikums. Egal. Du hättest doch mit mir reden können. Ach ja? Ich hab mit dir geredet. Ich hab's dir gesagt, dass ich da nicht mehr hin will. Aber das war ja nicht wichtig. Nichts von mir ist doch wichtig für dich. Nein. Dir ist doch nur wichtig, dass alle merken, was für ein toller Typ du bist. Ein toller Typ, ja! Der sich für alle einsetzt. Robin Hood. Aber ich bin nicht wie du. Aber das musst du doch gar nicht. Doch, das muss ich. Mich für die Armen einsetzen, Zivilcourage haben, alles hinkriegen. Willst du die Wahrheit wissen? Ich kann das nicht. Die Penner sind mir egal. Und wenn mich einer anschreit, hab ich Schiss. Und das Abi schaff ich eh nicht. Du, ich weiß das, wie schwer das war, seit Mama tot ist. Aber ich hab doch alles versucht. Ich wollt doch nur, dass du glücklich bist und alles machen kannst, was du willst. So wie das Praktikum bei den Stinkern? Herzlichen Dank auch. Ich wollt, dass du lernst, auch was zurückzugeben mit der Gesellschaft. Denen, die nicht so viel Glück hatten wie du. Kann ich jetzt gehen? In die Zelle oder so? Kann sie mich von dem da wegbringen? Ich, egal was passiert, ich, ich steh hinter dir. Wir, wir kriegen das hin. Wir zusammen. Hey, Alter! Bleib stabil! Karl? Karl, es tut mir wirklich leid. Ich hab alles falsch gemacht. Weißt du, es war verdammt anständig von Dominik, das aufzuklären. Das hat er für Linus getan. Er ist kein schlechter Junge. Er hat einen Menschen umgebracht und einen anderen schwer verletzt. Wenn du Hilfe brauchst... Ich hab einen guten Anwalt. Ich hab einen guten Anwalt. Väter und Söhne. Bin ich froh, dass ich nur Töchter habe. Echt jetzt? Haben Sie sich nie einen Sohn gewünscht? So einen Stammhalter? Ich dachte, das tun alle Männer. Langsam sollten Sie aber wissen, dass ich nicht in Ihre Schublade passe. Moment mal. Ich denke nicht in Schubladen. Nein. Ah. Kommen Sie, wir fahren ins Krankenhaus. Sie haben den Stocker aufgeweckt und es sieht nicht auch so schlecht aus. Können wir vorher noch was essen? Wollen Sie mich etwa einladen? Naja. Eigentlich würde ich damit gerne bis zu meiner Beförderung warten. Oder bis das bedingungslose Grundeinkommen durch ist. Falls Sie bis dahin nicht verhungert sind. Ah, wer weiß. Wie hat der Stocker gesagt? Wetterleuchten. Die Zeiten ändern sich. Glauben Sie wirklich, dass BGE kommt irgendwann? Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal damit angefangen, über Geld und Arbeit nachzudenken. So nach dem Motto, ein einmal gedachter Gedanke verlässt die Welt nicht mehr. Genau. Und genau deshalb gehen wir jetzt auch essen. Und keine Sorge, ich lade Sie ein. Und Sie denken über ein neues Auto nach? Naja. Denken kostet ja nichts. Meine Rede. Wetterleuchten. Von Madeleine Giese. Die Rollen und die Radarsteller. Amelie Gentner, Brigitte Urhausen. Michel Pacquet, André Jung. Karl Daniel, Arndt Clavitta. Dominik Daniel, Justus Mayer. Sebastian Keller, Holger Kunkel. Linus Keller, Daniel Rothaug. Stocker, Peter Hartin. In weiteren Rollen Madeleine Giese, Judith Jakob und Katja Ruppenthal. Und mit den Stimmen von Holger Büchner, sowie Hörerinnen und Hörern von SR2 Kulturradio. Technische Realisation, Matthias Fischenich, Manfred Jungmann, Gregor Gärten und Mechthild Austermann. Regieassistenz, Eva Solloch. Dramaturgie, Annette Kürmeier. Musik, Stefan Scheib. Produktion Saarländischer Rundfunk 2020 für den ARD Radiotatort. Dramaturgie, Annette Kürmeier.